so leute wir sind hier immer noch beim höhle erkunden die natürlich gerade was schief gewaltig wir mussten einmal kurz den pussy modus an machen für unseren lieben herr michael der kann nämlich nichts anderes okay erst mal sneaken so wie spaß wo bist du denn ich finde ich gerade echt nicht ja ich nie gerade auch also ich habe mich erschrocken also wenn du mal kurz mit kommst hier haben wir gleich einen spalt so mit lava und was man sonst noch so will wie man jetzt in england sagen würde ist es bald ich spring mal runter in der wortel ich habe dich gerade echt verloren ich bin was höhlen angeht jemand mit wirklich speziellem skin skill guck da fängt schon an skin skill alles klärchen er weiß was er tut ich wusste dass du das tust ich wusste es ich wusste es einfach hast du davon willst du toll wärst du getrockst du 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 das geht jetzt echt zu weit ich sehe nichts du liefst gerade in mir drin ja Moment ich hab Fackels so wir gehen einfach mal hier lang weiter hier wird immer mehr Wasser kommen wie man sieht wie man sieht sieht man Kohle ich gehe einfach mal weiter ja du lässt Eisen und sowas einfach liegen ne nee du hast doch gesagt du solltest es ja aber du kannst ja auch ein bisschen dann haben wir hier verteilte Arbeit kommt schneller voran und so weiß Bescheid oh 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 wo geht es denn hier hin welche Höhe sind wir jetzt oh noch mehr Diorit alter ich wir sind Höhe ich habe keine Karte mehr die habe ich verloren oder ich habe noch eine zweite im Inventar ähm wir sind jetzt Höhe 20 glaube ich wo bin ich denn nun okay also für Diamanten müssen 17 okay wir müssen noch ein bisschen tiefer für Diamanten 15 gleich sind wir auf Diamanten Höhe sag mal bist du da einfach weiter gerade ausgerannt oder wo bist du hin ne ich bin gerade gegenüber von deinem Namen ich bin bei dir er ist bei mir ich wusste es er wird mich nie verlassen das heißt wir sind hier auf Diamanten Höhe wir sind die Profis also so ist das halt auch so ist es halt auch echt entspannter für Aufnahmen weil man labert nicht irgendwie dazwischen der eine ist in seiner Stadt der andere in der und dann hier hey ich habe Brot hey ich habe Axel Schweiß keine Ahnung sondern man kann halt Sachen zusammen machen das einzige was Glubschi drauf hat ist Zahnbilder nur damit es wisst mein Spaß oh ja das Ding ist das ist die Wahrheit es war schon ein ziemliches Durcheinander natürlich in zwei verschiedenen Städten als der Milfander aber in der anderen Stadt ist mir das ganze wirklich sehr interessant weil er mir gesagt hat dass wir alle brennen werden ach ähm du hast doch etwas gefunden was man Diamanten nennt ja mit Diamanten kannst du mal kurz eine schöne Pickaxe machen eine Diamanten wenn du genug hast weil wir haben hier schon Obsidian weil das Ding ist dass ich nicht weiß ob unter diesen Diamanten die direkt über der Lava sind Boden ist sonst sind die nämlich gleich weg dann bau da was vor ich hab's geahnt sie sind weg dein Ernst sie sind weg der Kies kam runter und die Diamanten wurden weggekickt alles klar du kannst aber auch gar nichts alles verbrennen bau doch einfach die Lava zu ich hab's verbrennen mach ich auch gerade ist viel entspannter ich bin dabei ich finde das Texture Pack was wir haben auf jeden Fall echt geil und das kann einiges äh ne nicht mit dem Schwert vor allen Dingen passt es wirklich zum Mittelalter oh ja oh Redstone gibt gut Level kann man auch später gebrauchen so einen Diamanten haben wir wow nicht viel aber wir haben weil du den anderen wegschmeißen musstest komm das äh es war halt das Opfer was wir bringen mussten ähm mir fällt nichts mehr ein ja wir hätten dich lieber opfern sollen hätten wir auch machen können aber da hätten wir was besseres gekriegt als Diamanten äh ja im Vergleich schon hä Obsidian ist lila hier in den Texture Pack what the shit ja hab ich auch schon gesehen ein bisschen gewöhnungsbedürftig aber ist trotzdem weiter wie viel Lava kommt denn hier runter leckt mir die Nudel Alter hier ist überall ah älter Alter hier ist überall Alter 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 hier ist überall alter guck dir das an überall overall Alter ich würde mich mal hier rein ich baue mich überall durch oh Wettstone aber ich finde kein Eisen scheiße deine Schuld alles deine Schuld ich hoffe du wirst dich schämen gib mir das Eisen danke äh wo habe ich Stein wo habe ich Stein wo habe ich Stein da habe ich Stein so erstmal ein bisschen Farming Farming es muss hier doch irgendwo jetzt doch mal Diamanten geben ey warte wir sind Höhe wir sind genau auf Höhe 12 ich habe Lapis gefunden nice was ist das denn ist das Stein das ist Stein was ist das für Stein Andesit alles klar Alter ich habe ich hätte echt vorher mein Inventar leeren sollen ja ich habe es Gott sei Dank gemacht nein es ist what the shit ist natürlich belastend oh Diamanten was Alter haben wir viele Diamanten ich komme ich schummel ne 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 meins alles meins Puh acht Stück Alter voll geil du hast nicht zufällig Holz mit ich darf mich nochmal an deine Worte erinnern welche ich weiß nicht was du meinst wenn man so viel scheiße labert ist das auch echt normal äh ich suche mal hier weiter hast du Holz hast du Holz also nicht also nicht nur in deinem Kopf sondern auch dabei im Inventar gut dann können wir gleich mit mal Eisenpick äh ja Eisenpick ex auf jeden Fall Diamantenpick 6 Pixex ja Alter ich kriege Ausraster so ne Diamantpick 6 wäre doch schon müssen ja dann können wir nämlich Obsidian abbauen ey da liegen Knochen warum liegen hier Knochen was ist denn hier passiert so dann äh gib mal ein bisschen Holz bitte heute sind das hier Holz bitte ja äh äh hast du noch mehr Holz habe ich noch mehr Holz ich muss halt erst mal eine Werkbank machen Merkbank oh hoppala Stiggis äh so dann liegt eine oh okay oder sie liegt da auch nicht nice doch doch habe ich achso Diamanten du hast mir Diamanten abgezogen du Strich so gut wo ging es nochmal back to business hier boah dieses Wasser macht mich verrückt Wasser du machst mich verrückt so oh ja ja aufpassen dass es hier nichts Lava ja ich stelle mich nie auf den Block den ich abbaue alles gut aber habe ich ganz am Anfang mal gemacht ja gut ging mich gut aus kann ich mir vorstellen jawohl ich habe es eingesammelt so Redstone haben wir hier auch noch ein bisschen ja ist doch immer so ach das spannende Obsidian vor drei Stunden lang auf einem Block aus dauer ich berühre einen Stein und der ist weg aber ich berühre Obsidian und es interessiert das einfach mal nicht du bist Magic Magic